Heuernte am Steilhang. In weiten Teilen Österreichs kämpfen Landwirte aufgrund der immer größer werdenden Maschinen immer mehr mit der Heuernte im Berggebiet. Wir waren drei Tage lang auf einem biologisch bewirtschafteten Milchviehhof zu Gast und konnten den zweiten Schnitt am Steilhang mit unseren Kameras begleiten. Begonnen wurde am Donnerstagnachmittag mit den Mäharbeiten. Hier setzt der Betrieb auf einen Jundier 5085M mit einem Kuhn GMD 600 G2. Der neue 5M wurde erst im letzten Jahr angeschafft und passt ideal für die Einsätze in dieser kleinstrukturierten Region. Auf eine Zwillingsbereifung am neuen Traktor kann der Landwirt zum Glück gerade noch verzichten. Trotzdem ist beim Mähen allerhöchste Vorsicht geboten. Besonders aufgefallen sind uns die vielen verschiedenen Gräser und Blumen, die wir auf anderen Bio-Betrieben im zweiten Schnitt nahezu vergeblich suchen. Nur zwei Schnitte pro Jahr werden auf dieser Hangfläche gemäht. Danach dürfen sich Jungvieh und Trockensteher über das frische Futter freuen. Inzwischen nimmt der Landwirt das nächste Teilstück in Angriff. Schön anzusehen ist das im Hintergrund stehende Bergpanorama und die direkt angrenzende Ortschaft. Wir sehen dem Landwirt jetzt noch eine Weile zu. Er wird seine Arbeit noch bis in die Nachtstunden fortsetzen. Einen Tag später besuchen wir den Betrieb erneut. Als wir am Feld ankommen, hat der Landwirt schon einen Teil des Futters gewendet. Hier kommt ein Böttinger Hit 661 zum Einsatz. Ein moderner Kreiselheuer, der aufgrund des kleinen Kreiseldurchmessers von 1,3 Metern eine hervorragende Bodenanpassung garantiert. Das ist im stark kopierten Gelände sehr wichtig, um kein Futter am Boden zu lassen und eine optimale Trockenheit zu garantieren. Inzwischen konnte das Futter durch das warme Wetter gut trocknen. Als wir kurz nach 14 Uhr am Feld ankommen, treffen wir auf den Schöndier 2250. Er hängt heute vor einem Böttinger Top 421a. Der 2250 arbeitet am Hang mit Zwillingsreifen. Ohne Allradantrieb und mit schmalen Reifen wäre die Arbeit mit dem Schwader sonst zu risikoreich. Der John Deere 2250 war das Einstiegsmodell bei den Vierzylinderschleppern. Produziert wurde der Traktor von 1986 bis 1994. Somit hat auch dieser Traktor schon genügend geleistet, um jetzt nur noch als Zweitraktor zu dienen. Inzwischen nimmt auch das Ladewagen gespannt seine Arbeit auf. Im Heck des 5085M hängt heute ein Steier Hamster 8025. Ein interessantes Gespann, das wir so noch nie vor unseren Kameras hatten. Besonders macht den Ladewagen die nachlaufende Pickup, denn bei modernen Ladewegen läuft diese voraus. Auch die Förderspringen sind bei modernen Ladewegen nicht zu sehen, da diese im Laufe der Zeit bei verschiedenen Herstellern durch Krotoförderer ersetzt wurden. Wir sehen dem Gespann noch eine Weile zu und bedanken uns währenddessen bei der Familie des Milchviehhofes für die Unterstützung während den Dreharbeiten für diesen neuen Kurzfilm. Liebe Zuschauer, wie hat euch dieses Video gefallen? Was haltet ihr von diesen Maschinen? Schreibt uns eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video einen kleinen Einblick in die Arbeiten während der Heuerernte am Hang geben konnten. Natürlich sind wir auch weiterhin für euch mit der Kamera unterwegs, stets auf der Suche nach interessanten Maschinen für spannende Videos. Wenn ihr keine weiteren Beiträge mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke.